Können Sie ausschließen, dass Unternehmen genau zu ihrer Agentur kommen, weil sie vielleicht nicht nur hohen Sachverstand oder eine schnelle Beantwortung, aber vielleicht auch eine größere Chance einer positiven Begutachtung bekommen? Nachdem sie ja wirtschaftlich abhängig sind, anders als andere Agenturen. Die Industrie wird sich an uns wenden, weil sie eine solide Entscheidung will. Sie kann sich auf uns verlassen. Sie kann sich auf uns verlassen. Untertitelung des ZDF, 2020